. Guten Morgen, Jürgen, Freunde. Bauerhaus hier das erste Mal am Kartoffelroben im 2018. Wir roden hier auf einem Bio-Betrieb Saatkartoffeln. Es geht eigentlich gut. Es hat hier mehr geregnet als bei uns. Darum lässt sich da besser roden. Die Erde ist weich, krümmelig. Ja, schön. Mit einem Kaffee im Bauernhaus geht es da vorne wieder weiter. Die Erde ist da vorne. 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 Die Erde ist da vorne.